Herzlich Willkommen zum PureList'schen Podcast «Date was um Beziehungen und wie du deine erfüllte und glückliche Partnerschaft findest». Ich bin Lupe Eschlima. Ich habe schon einige Menschen auf ihrem Werk zu mehr Klarheit und mehr Sicherheit in ihren Beziehungen begleiten. Du kennst es bestimmt auch, dass in dieser sehr emotionalen Beziehungswelt, in der viel Unklarheit und Verwirrung herrscht, und du weisst eigentlich am Schluss gar nicht mehr so richtig, was du eigentlich willst. Egal ob du jetzt Single bist oder in einer Partnerschaft, es wird bestimmt immer etwas für dich mit dabei sein, wie du mehr zu deiner Klarheit, zu deiner eigenen Klarheit, zu deiner eigenen Sicherheit kannst und dich wahren ohne Frust und Verzweiflung. Ich freue mich also, dass du mit dabei bist und lass uns gerne ins heutige Thema einsteigen. Liebe Maddosen, bist du dann bei einer Frau voll am Start, voll Committed und du merkst, sie findet dich cool, sie hat Interesse an dir und dann bist auch du mitten am Stand. Also sprich, du wartest ein bisschen auf ihr Signal, bevor du für dich eine Entscheidung triffst. Kommt dir das irgendwie bekannt davon? Mir ist nämlich aufgefallen, in meiner Arbeit als Beziehungscoach und auch früher, wenn ich so zurückdenke in mein Leben, dann äh, bin ich meistens dann wirklich am stark sein, wenn eine Frau Interesse an mir gesagt hat. Und heute möchte ich, falls du das auch kannst, mit dir noch etwas genauer überleuchten, hm, warum ist das so? Warum gehst du erst dann rein, wenn du dir wie sicher bist, hey, okay, sie hat Interesse, das passt, ist gut. Weil dann meistens dann überprüfst du vermutlich gar nicht, hey, will ich oder will ich nicht, sondern du bist einfach froh, ist jemand da. Kommt dir denn das bekannt davon? Ich möchte dir sagen, du bist nicht allein mit dem. Lass uns also noch etwas genauer darin reinschauen, heute, was es da genau auf sich hat wie ein Thema. Abonnier mega gerne meinen YouTube-Kanal, lassen einen Like da, lassen einen Kommentar da, oder am Spotify oder Apple Podcast, würde ich mich riesig freuen, wenn du irgendetwas hinterlässt. Wenn du jetzt schon oder anschliessend Fragen hast, melde dich in der Zeit, wenn du ein Thema hast, das dich brennend interessiert und ich soll ein Folter machen, let me know. Das Beste ist das Instagram, genau. Yes, also was hat es da auf sich, wenn ich sage, hey, du wartest vermutlich, oder du wartest auf das Signal von ihr, bevor du voll reingehst. Ich behaupte jetzt mal, das ist das, was ich am meisten beobachtet habe, dann ist ja da gewisse Unsicherheit in dir. Eine Unsicherheit, Ablehnung zu erfahren. Wenn du jetzt mal angefangen hast, du siehst eine Frau, die dich wirklich interessiert, und sie hat dir jetzt noch kein Signal gegeben, so hm, oder sie hat dich vielleicht gar nicht gesehen, oder whatever. Du weisst einfach nicht, wie sie zu dir statt. Gehst du dann hin und sagst, hey, find ich cool, bist eine mega schöne Frau, würd ich gerne näher können, Oder wartest du zuerst, um ein bisschen zu finden, okay, wie steht sie zu mir, ist das safe oder nicht safe, und gehst erst dann hin. Also wieder so ein bisschen zuerst Signal abwarten, hey, will sie, will sie nicht. Das ist ganz oft der Fall, wenn du versuchst, Ablehnung zu umgehen. Und ich kann dich sehr, sehr gut verstehen. Es kann sehr unangenehm sein, Ablehnung zu erfahren, wenn man es sich nicht gewöhnt ist. Beziehungsweise wenn du immer wieder versuchst, das zu vermeiden, dann bist du dich ja nicht gewöhnt, mit Ablehnung umzugehen, weil du vermeidest das Gefühl ständig. Was kann also helfen, wenn du zuerst okay, gut, ich möchte besser mit Ablehnung umgehen können. Einmal ist zum Beispiel ganz viel Ablehnung zu erfahren, provozieren, einholen. Sprich, zum Beispiel bewusst viele Menschen und Frauen ansprechen, dass du Ablehnungen fährst und für dich kannst du den Fahrer machen, hey, okay, gut, ich kann immer besser mit dem Gefühl umgehen, es ist gar nicht so schlimm. Das wäre beispielsweise ein Wett. Aber wie kommt es überhaupt dazu, dass für dich Ablehnung etwas Schlimmes ist? Dass es für dich schwierig ist? Ich glaube vielen Menschen geht es so, jetzt mal unabhängig vom Geschlecht, geht es so, dass Ablehnung ein schwieriger Umgang ist. Und nicht so recht wissen, wie das einordnen und damit umgehen. Wenn wir meistens auch die Vorstellung haben, und ich glaube das ist kollektiv irgendwie, bei mir, es muss immer die ständige Verbundenheit sein. Bei gewissen ist es tatsächlich extremer als bei anderen. Zum Beispiel kann es gewisse schon Training und Ablehnungen sein, wenn man sich schon nicht mehr sieht, wenn man sich von zwei verschiedenen Orten aufhält. Das zeigt sich dann oft auch in dem Thema Einversucht. Wenn man nicht weiss, okay, was macht einander, was macht, mit wem schreiten und so weiter. Dass dort schon Training und Ablehnung kommt. Oder Gefahr und Angst davon. Und genau auch um diese Training geht es ein Stück weit, um das zu verhindern, weil wir schlussendlich mit Menschen alle verbunden sind. Wir wollen diese Verbundenheit zu anderen gespüren. Das ist völlig normal aus meiner Sicht. Die Frage ist einfach ein bisschen, zu welchem Preis? Wie viel bist du bereit zu sagen, mal zu zahlen? Für das? Und was ich einfach viel beobachte ist, dass meistens einfach lieber wird man gemacht, lieber ist man in dieser Harmonie, lieber ist man in diesem Not-Konflikt, sage ich mal, statt klar für sich einstehen, klar für sich sagen, hey, das und das ist mir wichtig, das und das möchte ich in meinem Leben. klare Grenzen ziehen, klare Werte aufzuzeigen, klare Bedingungen an, filstere ich dann immer noch dem Bedingungslos, was für mich ist. Bedingungslos heisst für mich Grenzen. Und ja, wenn du klare Grenzen hast, wenn du klare Werte hast, wenn du deine Bedingungen kennst, wo wir, wo wir erfüllt werden, wenn wir das mit dir jetzt tun haben, dann wirst du automatisch, automatisch Menschen ausschliessen aus dem Leben. Und wenn ich das jetzt vermutlich so sage, dann denkst du ja, ist ja nicht so schlimm. Aber, ich beobachte einfach, dass es für viele doch irgendwie schlimm ist. Weil, viel Zeit und Energie investiert wird mit Menschen, wo man eigentlich mal ganz ehrlich ist, dass man es selber nicht in seinem Leben haben will. Und ich sage dann ganz klar, je klarer du dir bist, was du willst, was dir wichtig ist, was deine Werte sind, was deine Bedingungen sind, desto einsamer kann dein Weg werden. Und ich glaube, dort von den Problemen befehlen auch. ich kenne es auch von meinen, ich kenne es auch von meinen, ich kenne es von meinen Coaches, ich kenne es von anderen Menschen, die das mir zutragen haben. Das Thema Alleisen, die Angst vor dem Alleisen. auch etwas, wo viele Menschen Mühe haben, damit umzugehen. Wie gehe ich mit dem um? Mit dem Alleisen? die Angst vor dem Alleisen. Und ganz oft ist es so, dass du dir dann mehr und mehr Zeit für dich hast, sprich, dir selber begegnen. die Angst vor dem Alleisen. Was ist eigentlich da? Wenn zum Beispiel ich Ruhe da ist, wenn du mal nicht beschäftigt bist, wenn du nicht ständig unterwegs bist. Was ist da in der Ruhe? Was kommt Ruhe? Und wir haben auch das Bild irgendwie mitbekommen, dass Partnerschaft und all das gehört zum glücklichen und erfüllten Leben dazu. Stimmt aus meiner Sicht ein Stück wie da, aber auch da wieder zu welchem Preis. Um noch mal auf den Anfang einzusteigen, wenn du das kennst für dich, dass du als Mann vor allem eher aufs Signal wartest von ihrer Seite, um herauszufinden, ob du es safe oder nicht hast, dann lasse ich dich an dieser Stelle dazu ein für dich, mehr und mehr Klarheit reinzubringen, was ist es das, was du eigentlich willst? Ist es wirklich die Frau, die dir das Signal will, dass sie Interesse hat an die, die du willst? Oder gehst du nur dort hin oder gehst zu ihrer Herren und redest mit ihr, wie du merkst, okay, immerhin etwas, ich muss nicht alleine sein. Ich bin ganz ehrlich zu dir, wenn du dann kann etwas verändern. Und solltest du Fragen haben, ich sehe sie gerne bei mir. Am einfachsten über Instagram, darfst du gerne einen Kommentar hinterlassen auf YouTube, welcher Weg vielleicht auch am einfachsten und am besten geht. Schön, dass du heute wieder mit dabei war, bei diesem doch, ich würde sagen, Thema, das unangenehm ist zu sein. und die die einfach mal wieder mit dabei ist. Die 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 – die